Diese Episode wird euch präsentiert von LaPondo, dem Online-Shop für das ganze Apothekenteam. In dem breit gefächerten Sortiment voller liebevoll ausgesuchter Produkte findest auch du deine Schätze. Besonders heiß begehrt unsere Eat Sleep Pharmacy Repeat Kollektion, deren Beutel, Tassen und Flaschen bereits in vielen Apotheken ein Hit sind. Entdecke jede Menge Geschenkideen, moderne Designs und Produkte voller Apothekenliebe. Entdecke LaPondo. Das gesamte Sortiment und dein persönliches Kundenkonto erreichst du auf www.lapondo.de. Und mit dem Code WISSEN10 sparst du außerdem ganze 10% bei deiner Bestellung. Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Herzlich Willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein. Und mein Name ist Tom Bellerts und damit auch von mir herzlich Willkommen zu diesem wirklich hochaktuellen Podcast. Patrick, er hat es schon wieder nicht geschafft. Zweiter Anlauf, zweites Mal nicht geklappt. Karl Lauterbach und seine Apothekenreform und das Kabinett. Was ist da los? Ja, das ist sehr erstaunlich, dass Karl Lauterbach jetzt anfängt, seine Gesetze nicht mehr durchzubekommen. Er hat ja viele umstrittene Vorhaben auf den Weg gebracht, wie man so schön sagt, im politischen. Aber bei der Apothekenreform will es einfach nicht klappen. Ja, nicht nur nicht bei der Apothekenreform, sondern auch das gesunde Herzgesetz, das ja auch durchaus hoch umstritten ist, fachlich. Und da sind wir genau an dem Punkt, irgendwas fehlt fachlich. Also Karl Lauterbach kommt, aus welchen Gründen kommt er nicht durch? Und ich glaube, er kommt nicht durch, nicht nur, weil es Widerstand gibt, sondern weil es wohlbegründeten Widerstand gibt. Weil es fachlich begründeten Widerstand gibt. Weil das Gesetz handwerklich schlecht ist. Und so wollen wir doch mit Karacho da mal einsteigen, weil er es auch verdient. Er wollte eigentlich schon dieses Gesetz im Juli, ich glaube, es war der 17. oder so. Im April, ursprünglich im April. Im April, da hat der Scherz schon nicht geklappt. Dann im Juli, dann im August. Und es sind ja noch viele Monate in diesem Jahr, wo es immer weiter versuchen kann. Und wird, die entscheidende Frage ist ja nicht nur, darüber sprechen wir gleich noch, warum das alles nicht klappt. Es hat ja auch einiges mit dem Widerstand zu tun. Aber es klappt einfach auch nicht mehr bei Karl Lauterbach. Das kann man doch so deutlich sagen, oder? Naja, auf jeden Fall. Also genau, was du gesagt hast. Ich meine, jetzt kann man sagen, die Kritik, die reißt ja schon seit Monaten nicht ab, dass die Abda damit noch Maximalforderung in den Raum geht und dann nicht verhandlungsbereit ist. Okay, mag jetzt an beiden Seiten liegen. Dass man da nicht zu Gesprächen gekommen ist oder nicht zu konstruktiven Gesprächen gekommen ist. Aber genau wie du sagst, also da wird eine Reform hingelegt und dann wird gesagt, die ist es. Und ja, da gibt es jetzt offensichtlich im Vorfeld auch der Landtagswahl natürlich Widerstand dagegen. Genau das, was wir auch schon seit einigen Monaten vermutet haben. Viele haben darauf gesetzt und gehofft, aber die Landtagswahlen, wo es auch für die Regierungsparteien im Bund in den Ländern nicht besonders gut aussieht, allen voran nicht für die SPD, muss man so sagen, die ja marginalisiert werden, wenn es so weitergeht. Und das ist das eine, aber das andere ist, glaube ich auch, dass Karl Lauterbach halt einfach ein handwerklich schlechtes Gesetz macht. Dass es eine Reform geben muss, das ist ja unbestritten, sagt ja auch gar keiner. Aber man muss halt mit den Menschen reden und man muss sich vielleicht auch ein bisschen tiefer einarbeiten, als das, was er hier hingeworfen hat. Also ich würde so weit gehen, so sagen, dass Karl Lauterbach schon mehrere handwerklich schlechte Gesetze vorgelegt hat. Also Cannabis sehen wir ja gerade, bei der Klinikreform reißt ja trotzdem der Widerstand nicht ab. Also sobald er sich mit dem Klinikchef trifft, und das macht er ja, hakelt es da ja Kritik. Aber die Gesetze haben natürlich auch eine Notwendigkeit und die werden natürlich auch gesehen als solche. Bei der Apothekenreform ist das jetzt im Vorfeld der Landtagswahl und zündet man sich wegen sowas an, ja. Genau. Und also er ist jetzt nicht drin. Es hat Leitungsvorbehalte gegeben. Man hört, dass die FDP, die auch um ihre Zukunft kämpft, sagt, wir können nicht an solchen Fronten uns unnütze Debatten und kriegsähnliche Situationen mit Berufsgruppen leisten, die Leistungsträger und Leistungsträgerinnen in dieser Gesellschaft sind. Und ich glaube, das ist was, was sich so ein bisschen wie ein sehr, sehr dunkelroter Faden durch auch die Geschichte von Karl Lauterbach zieht. Er sucht sich immer neue, er sucht sich immer große und andere Freunde. Wir haben das schon häufiger beschrieben in der Vergangenheit. Ja, das große Neue, da ist er schnell ein Fan von. Ja, also wenn wir KI, KI, die jetzt schon wieder von vielen bei allen positiven Dingen, die das Neue bringt, ohne jede Frage. Und ich finde es auch toll. Und trotzdem darfst du dem doch kritisch gegenüberstehen. Wir müssen nicht direkt sagen, also das wird jetzt unsere Gesundheit, das wird die Kliniklandschaft, die Apotheken, die Arzneimittelversorgung, die Ärzte, die Diagnosen, alles andere komplett verändern. Und da müssen wir uns jetzt darauf einstellen. Man muss ja vieles einstellen. Man darf aber trotzdem sein kritisches Bewusstsein insbesondere im Gesundheitswesen nicht so schnell verlieren. Ja, und da finde ich, da muss man, das muss man natürlich der FDP jetzt mal jenseits von politischem Kalkül, muss man denen natürlich zugute halten, dass sie das ja auch zu ihrer Sache gemacht haben und zwar inhaltlich. Dieser Brief in der SPD spricht ja auch Bände, also dass es da auch Verunsicherung gibt, haben sich auch verschiedene Landesgesundheitsminister, Frau Köpping und Herr Filippi, Frau Trese in Meckbomben, die haben sich ja alle schon wirklich offensiv dagegen ausgesprochen. Ob das sozusagen soweit reicht, dass man seinen eigenen Gesundheitsminister da in Frage stellt oder was, das schauen wir mal. Aber wer halt wirklich überhaupt nicht zu gebrauchen ist, so eine richtige Kuscherpartei sind ja die Grünen. Also da wird ja einfach mitgetragen, da gibt es keinen Diskurs, wird immer auf Paula Piazzotta verwiesen, die hat keine Zeit, weil Haushalt ist und dann hörst du von denen dazu nichts. Ich glaube, das ist ein großes Thema der Gesundheitspolitik mit den Grünen, dass sie in der Sozial- und in der Gesundheitspolitik grundsätzlich zu schlecht aufgestellt sind und sich den Themen nicht annehmen. Und das ist natürlich, wenn du historisch wie bei den Grünen als Ökopartei sozusagen antrittst und dann irgendwann, aber ja schon vor vielen Jahren, vor mehr als 25 Jahren in Regierungsverantwortung zum ersten Mal warst, im Landregierungsverantwortung beispielsweise in Baden-Württemberg trägt und und und. Also da muss man ja auch einfach sagen, Leute, also man muss sich schon gesamtgesellschaftlich einbringen und dass sie das in der Gesundheitspolitik faktisch nicht tun und da reicht eine Abgeordnete und da reicht ein General. Das war zu Biggie Benders Zeit. Ja, genau. Ja, und am Ende, wo sie dann gelandet ist, sie ist ja genau da gelandet, sie hat eine sehr einsilbige, eine sehr einseitige Politik verfolgt. Da am Ende ist sie als Lobbyistin ja auch faktisch gelandet. Lassen wir doch ganz ehrlich sein. Diesen Weg, den nun diese Nicht-Reform, und es ist eben keine Reform, weil es keine ist. Und auch wenn sie im Kabinett wäre, wäre es noch lange keine Reform. Es ist die Beschreibung der Entwurf für eine Reform. Und der Entwurf, den das Ministerium und insbesondere den Karl Lauterbach politisch verantwortet, der wird in weiten Teilen des Fachpublikums und auch bei seinen eigenen Parteifreunden und auch bei seinen Koalitionspartnern nicht gewollt. Ja. So, das heißt, er ist nicht durchsetzbar. Das muss man klar sagen. Der Entwurf von Karl Lauterbach ist gescheitert. Das ist heute so. Nichts anderes. Es geht gar nicht um eine Apothekenreform, sondern es geht darum, wie kann es eigentlich sein, dass ein Gesundheitsminister behauptet, er würde die größte und wichtigste Reform seit 20 Jahren abliefern und alle anderen, wir haben noch nicht mal von den Apothekenteams selber gesprochen, sondern von seiner eigenen Partei, von anderen Gesundheits- und Sozialministern aus seiner Partei, von anderen Gesundheitsexpertinnen und Experten aus seiner Partei, von seinen Koalitionspartnern und auch natürlich von der Opposition. Alle lehnen das ab. Der Einzige, der glaubt, das wäre das Mittel der Wahl, ist Karl Lauterbach und der kriegt es nicht durch. Jetzt ist doch die richtige Zeit, um einfach mal konsequent zu sagen, er kann es nicht, er kann es immer noch nicht, er hat es in drei Jahren jetzt nicht gelernt, es zu können. Und dann sage ich, das ist ein Kandidat, wo ich wirklich auch den Bundeskanzler auffordern möchte, austauschen, ja, einfach mal austauschen, auswechseln. Der darf wie Manuel Neuer und Gündogan jetzt sagen, nee, da trete ich mal aus der Mannschaft zurück, ja, da mache ich Platz für Bessere, für Jüngere, die es draufhaben. Punkt. Das ist jetzt der Zeitpunkt. Und das sagt mir diese Entscheidung, dass erneut diese Reform nicht im Kabinett verhandelt wird. Ja, genau. Du musst ja auch, also jeder, der Arzneimittel irgendwann gebrauchen wird, der kann nicht für diese Reform sein, weil anders als bei einer Klinikreform, wo du in die Waagschale werfen kannst, okay, wir müssen irgendwie die Landschaft umbauen, wir brauchen vielleicht mehr Spezialisierung, weißt du. Da gibt es ja alles Argumente auch dafür, auch wenn das immer noch ein Risiko ist. Aber bei dieser Apothekenreform, wenn du dann in der Apotheke stehst, wo irgendjemand zugeschaltet wird mit einer wackeligen Leitung, das kannst du nicht wollen. Das mit dem Honorar, das ist dann sicherlich was für die Fachzielgruppen, die sich darüber dann wirklich die Köpfe einschlagen müssen, ob das passt oder nicht. Aber das sind schon jetzt, jetzt haben wir schon mehrere Stufen, wo er sozusagen aufläuft und wo er auch nicht mit einer abgespeckten Lession da weitergekommen wäre. Also er muss da jetzt irgendwie ins Gespräch kommen. Und jetzt stelle ich mir vor, jetzt stelle ich mir vor, lieber Patrick, und darüber müssen wir reden, wir hätten weiter das Diktat des Schweigens und des Appeasement aus dieser berühmten Organisation gehabt, wo es darum geht, wirklich schön geglättet und weiter mit ein paar Plakaten, sonst irgendwie unterwegs zu sein. Moment, wir haben das, wir haben das ja noch. Da hat sich ja nichts geändert. Die hat sich ab und zu, setzt man sich auf irgendeinen Zug drauf. Ein wichtiger Faktor hier ist, nur diejenigen, die sofort steil gegangen sind, die sofort demonstriert haben, die sofort die Politik in ihren Bundesländern und sonst wo aktiviert haben, nur die haben dafür gesorgt, dass diese Reform nicht im Kabinett verhandelt wird. Nur die. Die haben die anderen motiviert, die haben sie auch aktiviert und die haben sie ermutigt. Die haben andere in anderen Bundesländern gezeigt, ja, die brechen vor und wir müssen da hinterher. Die haben Recht, die haben Erfolg. Und auch die Politikerinnen und Politiker haben gemerkt, verdammter gehen Gesundheitsberufe, die wir wertschätzen, Apothekerinnen und Apotheker, PKA, PharmazieingenieurInnen, alle sind hoch wertgeschätzt, ja, in der Bevölkerung und damit auch in der Politik in weiten Teilen. So, und die haben erkannt, die haben ein Problem und dieses Problem heißt nicht nur Apothekenreform, sondern dieses Problem heißt Karl Lauterbach. Und deswegen hat sich so eine breite Mehrheit nun aus der eigenen Partei, aus der SPD, aus den Ländern, aus den Kommunen, aber auch im Bund, aus der Koalition und so weiter, dagegen gestellt. Nur deswegen, weil man tatsächlich aktiviert hat. Das waren keine Kamingespräche und nicht die Teilnahme von der Präsidentin auf irgendwelchen Festivals, dass die am Ende auch ihren irgendeinen Beitrag geleistet haben, dahingestellt. Ja, mit Sicherheit, aber das Appeasement war es nicht. Das kann man so deutlich sagen. Genau, und das eine ist halt dieses Steigegang, wie du es schon gesagt hast, und das andere ist halt wirklich einfach eben auch die Fakten vorgehalten. Also ich erinnere mich da noch an unsere Apotheke live, wo der Herr Seifert da mit dem Herrn Müller da in dieses Schamzl eingetreten ist und am Ende waren die Fakten ganz offensichtlich und ganz klar. Ja, genau. Und das kann man übrigens auch an der Ministeriumsebene, das sage ich nochmal deutlich, da wird ja auch schnell diskutiert, natürlich müssen die auch ihren Job machen. Und wenn die politische Leitung sagt, pass mal auf, wir wollen eine Reform und ich möchte das und das und das haben, ja, und kommt dann mit ein paar Vorschlägen, die wer auch immer gebracht hat. Das habe ich ja diese Woche wieder, kurzer Exkurs, das habe ich wieder gemerkt, als Doc Morris mal wieder Zahlen abgeliefert hat, wo jeder sagt, die sollen doch einfach den Laden zumachen, wenn sie keine Gewinne machen können. Ja, die jetzt schon wieder erzählen, dass sie in 16 Monaten oder wann auch immer zum Ende, dass da dann irgendwie der Break-Even kommt. Nochmal, ganz kurz. Die aber gleichzeitig sagen, oh, guck mal hier, Cardlink. Cardlink ist es für uns. Und was ist es noch? Was ist es noch? Richtig. Wie heißt das? Telepharmazie, sagen sie. Telepharmazie ist es noch. Es gibt gar keine Beschreibung für Telepharmazie. Gibt es irgendein Curriculum irgendwo für die Telepharmazie? Nein, es wird einfach nur gesagt. Der Minister hat gesagt, da braucht jemand Cardlink, da braucht jemand Telepharmazie. Schreibt das mal bitte da rein. Das habe ich den Beamtinnen und Beamten nicht vor. Nur eins ist klar, er kommt damit nicht durch. So, mit Cardlink ist er durchgekommen. Und auch da sage ich in Richtung Berufsstand, muss man halt mal ein bisschen schneller sein ab und zu. Ein bisschen die Kampfhandschuhe anpacken an der richtigen Stelle. Ja, und nicht immer überlegen, dass die dritte Tochtergesellschaft von hinten links das unbedingt machen muss. Ja, das ist witzig mit Doc Morris, dass du das ansprichst. Die haben ja wirklich in diesen desaströsen Zahlen dann ihre Teleklinik für ihren, was weiß ich, paar Millionen Umsatz gefeiert. Und dann genau auf die Telepharmazie eingezahlt. Also genau so. Und wenn ich jetzt gerade gucke, ja, also Loser der Woche, ja, ad 1 Karl Lauterbach. Loser 2, die Grünen. Loser 3, Doc Morris. Ist irgendwie so ein Sack, steckst du dir rein, hopst du drauf, triffst du immer die Seine, hast den Eindruck seit 25 Jahren. Aber das ist so. Ja, und es ist irgendwie, wir lachen drüber. Es ist natürlich auch eine, es ist natürlich auch deswegen ganz ernst, weil Doc Morris das Geld des deutschen Gesundheitssystems verbrennt. Immer noch nicht zugunsten der Eigentümer, die wo auch immer sitzen, wie sie immer gerne sagen. Aber da wird Geld verbrannt, das dem System entzogen wird, damit es auskömmlicher funktioniert. Immer noch nicht auskömmlicher, aber auskömmlicher. Ja, die Grünen, die nicht in der Lage sind, obwohl sie in der Regierung sind, eine vernünftige Politik zu machen. Und Karl Lauterbach, der nicht in der Lage ist, ein vernünftiges Gesetz zu machen und das dann auch durchzubringen. Also das ist schon eine Woche, wo man merkt, wo man mit einer großen Ernsthaftigkeit draufschauen muss und sagen muss, wir haben einen Gesundheitsminister, der es nicht kann. Der geht gerne auf irgendwelche Festivals, weil er eingeladen wird. Ja, weil da wieder T-Systems oder IBM oder wer auch immer sagt, hui, da komm doch mal vorbei. Ja, wir sind auch hier Spender und wir haben auch einen SPD-Abgeordneten mittlerweile im Bundestag für die Digitalisierung, der uns das Wort redet und, und, und. Also das ist schon alles ein einfaches Spiel, aber es scheint doch ein bisschen komplizierter zu sein. Ja, ich finde ja, dass der Karl Lauterbach hat sich ja hier bei diesem Wahlkampfauftritt in Chemnitz zum ersten Mal wirklich auch dezidiert zu den Punkten geäußert, hat ja auch die Kritik eingeräumt und hat dann auch wirklich eingezahlt auf das Ganze. Und was da auch auffällig war, er hat halt Behauptungen in den Raum gestellt. Also dieses Narrativ, wir haben immer weniger Apotheken und wir können das nur stoppen, indem wir, ich sag mal, abrüsten, indem wir auf die Apotheker pfeifen, indem wir da PDAs stehen lassen. Das hat er schon durcherzählt. Er hat es nur überhaupt nicht begründet oder irgendwo hergeleitet, warum das jetzt helfen soll, warum das jetzt ein gutes Instrument sein soll. Er sollte ehrlich werden und sagen, er mag sie nicht. Karl Lauterbach, also ich glaube erstens, dass Karl Lauterbach die Menschen nicht mag. Das ist schon ein Problem, wenn ein Gesundheits- und Sozialpolitiker andere Menschen nicht wirklich mag, nicht respektiert und ihre Leistung nicht anerkennt. Und das ist der größte Fehler, den PolitikerInnen haben können, ein Mangel an Respekt. Und ich sag deswegen Respekt, weil da siehst du den Unterschied auch gerade, guckst du mal über den großen Teil, siehst du Herrn Trump, ja, was hat der weit verbreitet? Disrespect. Ja, der hat keinen Respekt für die Menschen und deswegen gruselt es einen auch so. Es wäre unfair, Karl Lauterbach mit Herrn Trump zu vergleichen. Nur eins sehen wir da natürlich pathologisch, nämlich, wenn du dich nicht mit den Menschen wirklich abgibst, wenn du ihre Leistung nicht anerkennst, ja, dann ist dir alles andere egal und dann behauptet man, der Kiosk wäre besser, als die Menschen darin sind. Das heißt, es geht ihm um irgendwelche Schlagwörter, um Modelle und um so zu tun als ob. Ja, und gerade im Gesundheitswesen, du sagst es ja mit den Menschen, das ist ja keine skalierbare Leistung. Im Gesundheitswesen geht es ja darum, dass ein Mensch einen anderen Menschen mit seinen Problemen abholt und ernst nimmt und behandelt oder berät oder was auch immer. Genau, und jetzt ist der Punkt, wo ich auch sage, weitermachen, wo es nicht darum geht, nur hinter den Kulissen so ein bisschen Gespräche zu führen, das musst du auch machen, aber noch viel wichtiger ist, Dresden und Erfurt, da sind Demonstrationen und Proteste und es gibt, wissen wir ja auch, Land auf, Land ab, in diesen Ländern, in denen ja auch Landtagswahlen sind und nicht nur deswegen, Infostände von Apotheken, die dort einfach ins Feld gehen und den Leuten erklären, Achtung, wir haben ein Problem und wenn wir ein Problem haben, eine Apotheke, dann habt ihr ein Problem. Wenn heute die Durchschnittszahl, fast 5000 Menschen von einer Apotheke versorgt werden bereits in Deutschland, vor ein paar Jahren waren es 3600, jetzt sind es fast bald 5000, 4800 glaube ich. Dann sind das die Leute, die ich jetzt vor Ort informieren muss und sagen muss, passt mal auf Leute, wenn das so weitergeht, dann können wir nicht mehr versorgen. Die Leute werden wach und es ist richtig, Kampagnen zu machen, es ist richtig, auf die Straße zu gehen, es ist richtig, weiter mit den Abgeordneten zu reden und auch jeden Monat und immer wieder bei denen vor der Haustür, im Wahlkreisbüro und wo auch immer zu stehen und hinzugehen, die Gespräche zu führen. Und das ist wichtig und nicht nachzulassen, weil, ich sage dir auch, der Druck wird größer in der Apotheke, weil die Reform wird gebraucht, es braucht eine Honorarreform, es braucht auch mehr Geld ins System, ohne jeden Zweifel, geschieht das nicht jeder Monat, der ins Land geht. Und es gibt keine Honorarreform, es gibt keinen Zuwachs bei der Honorierung. In jedem Monat, wenn viele, viele Apotheken schließen, wird sich die Arzneimittelversorgung auf diesem Wege deregionalisieren und wird sie sich verschlechtern. Das muss jedem klar sein, der politisch nur jetzt nichts machen will. Und das ist die große Gefahr, ich muss das noch sagen, Petr, die große Gefahr ist, dass auch die Abda im Oktober auf ihrem berühmten Apothekertag ohne politische Beteiligung vielleicht mit einem zugeschalteten zukünftigen Ex-Gesundheitsminister Karl Auterbach, das wird auf jeden Fall sein, Ex-Gesundheitsminister. Aber wenn sie dann sagen und das als Erfolg feiern werden, dass sie diese Reform verhindert haben in ihren Auswuchtungen, in ihren ziemlich schwachsinnigen, aber gleichzeitig nicht mehr Honorar verhandelt haben. Genau, also spiegelbildlich kann man sagen, der Auftrag an so eine Regierung, die das Ernst nennt, müsste sein, in so einem Kabinett dem Herrn Lauterbach den Auftrag zu geben, jetzt eine ordentliche Reform vorzulegen und ein Sofortmaßnahmenpaket. Wurde ja auch gestern relativ schnell laut, dass das Konto, die Zeit läuft ja seit Juni ohne Konto quasi. Also da gäbe es viel und schnell was zu tun, deswegen genau wie du es sagst, Druck aufrechterhalten, damit die Probleme ganz breit herauskommen. Das war doch schön, Herr Holstein, das war ein feines Schlusswort, Druck aufrechterhalten, das war der Podcast nur mal so zum Wissen, der Podcast für Pharma und Apotheke und alle, die nicht bei drei auf den Bäumen sind, der Rest wird runtergeschüttelt. Wir sprechen uns jede Woche und versenden das immer ab Donnerstags, freuen uns natürlich auf Kommentare, Hinweise und auch auf nette Worte an post.at.nurmalsozumwissen.de und auf allen anderen Kanälen. Tschüss. Genau, vielleicht ganz kurz, bevor wir Tschüss sagen, noch der Hinweis auf Vision A am 10. September, da geht es nämlich bei uns um genau das Thema, wie kommt die Apotheke aus der Krise, mehr Handel, mehr Heilberuf, wir haben echt coole Gäste, wir haben ein sehr gutes Line-up. Auch übrigens viel Politik, was ich auch, mehrere Bundestagsabgeordnete aus dem BMG, kommt der Abteilungsleiter zu uns auf die Bühne, wir haben Profs da, die das einordnen, aber insbesondere viele Menschen aus der Apotheke auf der Bühne. Danke für den Hinweis, Patrick. Danke an alle fürs Zuhören. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Jawohl. Ciao. Ja, also ich glaube, Lauterbach muss raus. Tschüss. Tschüss. Tschüss.